Hier geht der da drauf. Oh nein! Der geht da drauf. Der geht da drauf. Da müsste ja quasi das hier unser Durchgang sein. Theoretisch. Durchaus, das wird unser Durchgang. Haha! Mach ich gleich mal so, dass ich weiß. Durchgang. Der Durchgang, so. Gut, dann haben wir da schon wieder ein Stückchen geschafft. Das mach ich irgendwann anders. So. Jetzt, hier muss natürlich auch noch irgendwie... Hier muss das auch irgendwie gemacht werden. Das ist ja... Naja. So, jetzt erstmal... So, einmal runter. Wir haben Fichtenholz, haben wir dabei. Om, 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 om. Dunkel? Ne. Oh, da lang. So, hauen wir das hier nochmal raus. Ach, ich hab die Zäune vergessen. Ich dropp sie. So, dann, äh... Du weg, du her. Ähm, eins, zwei, zack. Kommst du auch noch weg. Kommst du auch noch weg. Mitgenommen. Dafür keine Ressourcen verschwenden. Bekomme ich wieder Ärger. So, somit wäre das dann auch so gut. So ist genehmigt. Ähm, der muss weg. Eigentlich geht's ja so, ne? So. Dann kommt, äh, eine Fackel drin. Genau. Und, äh, wenn ich die Gitter dabei hätte, würde ich die jetzt auch setzen. So. Jetzt mal gucken. Wir müssen ja irgendwie hier dann... Das weiterführen. Das weiß ich aber mal schnell von... Oben, dass ich da sehe, wie ich das führen muss. So. Ähm, ja, hm. So. Häp. 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 So. Ähm, ja, jetzt muss das natürlich noch runter. So. Und dann haben wir hier nämlich auch ein... Ups. Ein richtig klasse Aufstieg, Freunde. Haben wir Erde? Ja. Dann würde ich sagen, knallen wir hier noch überall mal ein bisschen Erde her, um Spawning Areas zu minimieren. Und wo die Erde nicht genügt, da flanschen wir noch Fackeln hin. Ah, okay, 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 okay. Hm, 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 hm. Ah, okay, okay, okay. Ähm, prinzipiell... So. Ne, das machen wir dann schon so. So. Machen wir das so dann? Ja, ja, habe ich dabei die Bergbank, Kuch. Hallo, Bergbank. Nein, Bergbank. Das mit B. Dunkel? Fast. Bett. Das mit B. Ähm, wir brauchen ein paar Stüfeleins. Zack. So, weil hier kommt eine Stufe her. In der Theorie kommt hier auch eine Stufe her. So, das muss dann verkleidet werden. Das hier noch so. Okay, und dann gehe ich jetzt eine Runde Penenzen. Gute... Ist doch schon ziemlich dunkel. Und dann kann ich nämlich was trinken. Gute Nacht. Oh, Manu. Gute Nacht. Guten Morgen. Yo. Ähm. Der muss ja prinzipiell weg. So, dass wir da ein bisschen... Design hinbekommen. Will ich das so machen? Oder mache ich das lieber mit Treppen? Sag doch mal. Ich glaube, ich mache es mit Treppen. So, dann machen wir uns gleich mal ein paar. Zack. So, dann Treppe. 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 Das ist doof. Gut, dann... Äh, da weiß ich schon, wie ich es mache. Treppe. 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 Ähm, babam... Stufe. So. Eigentlich nicht. Kommt ja eigentlich... Waren wir eher so, hm? Ne, ist auch doof. Prinzipiell kommt ja hier ein großer her. Ja, prinzipiell. Ach nee. Doch. So, statt Treppe... Half Steps. Dachte schon, da fliegt mir gerade irgendwas, äh, entgegen. So, ach wie spannend. Ach wie toll. Ist es denn nicht wundervoll? So, aber wir haben es ja fast. Will hier nur nicht runter segeln. So, dann geht es hier wieder mit, äh, Treppen. So. So. Äh, nein. So und so. Und dann machen wir hier einfach noch, ähm, eine Stufe. So, dann kannst du hier so gechillt runter gehen. Genau. Und hier müssen wir natürlich, ähm, wieder mit Treppen arbeiten. Würde ich so sagen. So. Da kommt der. Und so. Da ist der Unterschied wieder so krass, ne? Dann machen wir das so. Jo. So als Alternative. Joa, doch. Kann man. So, dann geht das hier runter. Okay. Jetzt brauchen wir nochmal eine Fackel. Und die Treppen. Da sind sie. Dann will ich mal gucken, ob es denn einigermaßen, ne. Da schon mal gleich gar nicht. Eher hier so. Ne, da auch nicht. Ähm, na gut. Warte, ich, äh, schmeiße erstmal hier das Zeug raus, dass ich da ein bisschen den normalen Stein einsetzen kann. Wenn ich ihn finde. Wenn ich ihn denn finde. Da. So. Ach komm, dann schmeißen wir einfach die Dinger jetzt rein. So. Ne, da sollte ich wohl eher mit Steps gehen. Damit es einigermaßen gleich runter geht. Wo habe ich sie denn? Da habe ich sie. Irgendwie glaube ich sie in meine Augen heute Banane. So, du kommst auch weg. So, kann man doch dann schon halbwegs lassen hier den Abgang, ne? So, und dann noch auf eine Höhe. Dann kann man hier mit denen hier arbeiten. So, dann kommt hier natürlich hier so das Teil rein. Und hier natürlich, ähm, jede Menge Licht. So, Schaufel ist im Eimer. Geht's denn da hin? Schön ausleuchten. Kohle? Ne. Äh, Schaufel. So, dann kleiden wir schon mal ein bisschen. Geht ja richtig was vorwärts heute, Freunde. Hätte ich nicht gedacht. Das wollte ich hier so den einen oder anderen Sprung machen. Ja, so würde ich sagen. So, müssen wir dann natürlich noch ein bisschen angucken, wie genau, obwohl, bis hierher könnte man das eigentlich, äh, normal machen. Glaubschätzt meine ich mal. Das sehen wir ja dann. So, jetzt muss ich natürlich hier noch ein bisschen, alles ein bisschen, äh, rausschlagen. Ich glaube, wenn wir dann mal wieder runter ins Lager gehen, um irgendwas zu holen, werde ich dann auch mal die guten Werkzeuge mitbringen, damit wir da ein bisschen schneller vorankommen. Apropos, wir haben, äh, einen ganzen Arm voll Levels. Was so viel heißt, wie wir haben Level. Und können vielleicht das ein oder andere jetzt dann mal verzaubern. So, den muss auch noch weg. So. So, ist vielleicht, der ein oder andere meint vielleicht, das wäre ein bisschen langweilig, in diesem Design zu bauen. Aber, wenn wir denn mal ehrlich sind, Burgen und Schlösser, die wurden halt nun mal mit einem Material gebaut. Irgendwas, was in der Nähe war. Weil da war es auch nicht teuer, das Zeug ranzuschaffen, weißt du? So, jetzt guck dir das an. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was. Also so vom, vom Abgangmäßigen her. Da geht voll ab. Ja. So. Jetzt muss man dann natürlich hier ein bisschen. Die äußerste Schicht hier. Und schon wieder wird unser Garten ein Stückchen kleiner. Oh! Verdammt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Im letzten Moment, wo der Boden sich unter mir aufgetan hat, da habe ich natürlich dran gedacht. So. Wäre natürlich peinlich, wenn ich jetzt alle meine Level verliere. So, mit der Beleuchtung, da müssen wir uns dann natürlich auch was einfallen lassen. Aber ich sage mal, für den Anfang tun das einfach ein paar ganz ordinäre Fackeln. Damit da mal nichts spawnen tun tut. So, wie hoch bin ich denn da? Da bin ich ungefähr mal so hoch. Weil dieses Gangdesign, das würde ich quasi weiterziehen bis nach da vorne, wo die Wand quasi rüberkommt vom Treppenhaus. Bis hierher würde ich dieses Design so durchziehen und dann das Design ganz spontan wechseln. So, dann muss das hier noch weg. Und das muss er weg. Beziehungsweise der war jetzt eigentlich totale Mumpitz. Gib mir mal irgendwas, das da zum Beispiel. So. Hm, ja, 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 ja. So. Gut. Es hat dann recht schmaler Gang, aber hey. Auch in Burgen und Schlössern gibt es kleine schmale Gänge. Da waren wir mal... Gott, wie hieß denn das? Ich glaube es war Wernfels. Da waren wir mal zu Besuch. Und da gab es echt Türen. Ich dachte mir eigentlich, die waren früher alle große, starke Ritter in ihren Rüstungen und bla. Aber ich musste mich da teilweise ducken, um da reinzukommen. Fand ich schon ein bisschen krass. Habe ich gedacht, naja, wenn mir mal so ein echter Ritter begegnet. Ich meine, klar, unter denen gab es bestimmt auch irgendwelche riesigen, hühnhaften Typen. Aber so ein 0815 Ritter, weißt du, dem hätte ich dann schon mal erzählt. Ey, Junge, pass mal auf. Wenn du nicht in deinen Ritterstiefeln steckst, gehst du mit mir bis zur Kniescheibe jetzt gegen Käfer fangen oder sowas. So. Hier nur mal ganz schnell sporadisch ein bisschen ausgeleuchtet. Da könnten wir eigentlich hier diese Beleuchtung dann mit rein machen. Hm. Ja, gucken wir mal. So, jetzt hier noch ein bisschen. Und dann haben wir hier quasi das auch schon wieder, also beachtliche Teilerfolge erzielt. Sag ich mal, ganz vorsichtig. Also wenn du den Block abbaust, kommt er ganz kurzfristig mal hier... Nein, wir haben kein Werkzeug mehr, okay. Äh, die Welt dahinter zum Vorschein. So, baue ich da schnell ab. Und dann gehe ich mal zur Werk... Ist das schon wieder dunkel? Ja, sage mal, das geht aber hier. Ruckizucki geht das hier. So, eine neue Spitzhacke für die Eins. Und wenn ich denn da mal schlafen kann, kann ich auch mal Gute Nacht sagen. Gute Nacht. Ich weiß nicht, es ist mir so schön zerstört. Aber in der artificiisch ist es mir so gut. Und das macht sich so viel lieber denn in der Herausforderung. Und wieder göra das hier.